Das ist ja schwächer und langsamer, warum soll ich das nehmen? Wahrscheinlich effizient dagegen, was ist ich? Irgendwelche... vielleicht das Geschütz, genau, spinnst wohl. So 14, das ist langsamer und schwächer. Was ist das denn? Ach, Sturmgewe... spinnst wohl. Also interessant wäre nur der Pulslaser, aber der forscht glaube ich noch ein bisschen, oder? Ja, doch. Könnte noch interessant werden. Ja, aber ich glaube, ich schaffe es nicht mehr neue Einheiten zu bauen, aber ich könnte sie jetzt bauen, aber ich weiß nicht, ob er besser ist. Ach, ich fahr ab. Wir haben Zeit, wir haben noch... Puh! Ha! Fünf Minuten! Ha! Ha, in der Zeit. Keine Ahnung. Was kann man da machen in der Zeit? Fünf Minuten, naja. Kann man ein Rollo zumachen, weil es draußen dunkel ist. Fünf Minuten. Und mir fällt gerade auf, dieses nervige Laser-Satellit ist feuert, ist endlich weg. Ah. Und die Musik ist auch mal wieder weg. Warum verschwindet hier dauernd die Musik? Also das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass es nicht aufnimmt. Nein, sie ist auch bei mir nicht mehr da. Ja, und keine Ahnung warum. Sie ist einfach nicht mehr da. Sie sagt mir... Sie sagt, boah, du bist so schlecht, ne? Hab ich keinen Bock mehr für dich zu spielen, ne? Mach deinen Scheiß doch alleine. Ich geh hembrsten sauferin. Bau ich noch irgendwas? Brauch ich denn noch irgendwas? Bööööhh... Nicht wirklich, ne? Ne? Boah, hab ich viel Waffensysteme. Das ist ja der Hass. Hab ich noch so coole MGs? Ih... Nein. Nadelgeschütz. Minirlaketen. Boah, wo sind meine Türme mit MGs hin? Boah, ich hab keine MG-Türme mehr. Schade. Doch, doch, Wachtturm mit Maschinengewehr. Geil. Davon baue ich aber so viel, dass Nexus keine Chance mehr hat, reinzukommen. Genau. Wir verteilen unsere Basis in der letzten Mission nur mit Maschinengewehr-Türm und greifen auch nur mit Maschinengewehr an. Also wenn man ein Video schickt, wie er das auf schwer macht ohne Cheats, bin ich beeindruckt. Nur mit Maschinengewehre die letzte Mission bestreiten? Huiuiui. Natürlich die billigsten Rümpfe genommen, ne, und Räder und so. Apropos, fällt mir gerade was ein. Wollte ich aber nochmal schauen. Räder, Halbketten. Nö, sind immer noch so langsam. Wow, die haben 200. Selbst diese sind besser als Räder, hau ab. Ja, das ist... Hey, 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 nein. Scheiße. Nein. Halbketten. Und, äh... Tankkiller. Gut. Keinen Scheiß jetzt machen. Und ich hab gleich 66.666 Energie. Boah. Ich bin so satanistisch gleich, ne, das klappt ja gar nicht. Ehe Minute müsst reichen, oder? Ja, halbe Minute müsst da reichen. Da wird noch ne Forschung fertig, die wird noch fertig. Hoffe ich. Vielleicht. Eventuell. Noch zwei Minuten. Ja, ich kann's selbst lesen. Nein, du bist blind. Du kannst dieses Spiel nicht lesen. Deswegen muss man dir alles erklären. Zum Beispiel, dass der Laser-Satellite das mal wieder feuert. Und die Hälfte deiner Einheiten zerhackt. Oder das noch zwei Minuten dauert. Wenn ich blind bin, wie kann ich das Spiel überhaupt spielen? Äh... Ich hab Noppen auf meinem Bildschirm, ja genau, oder? Und die verändern sich. So kleine Noppen und da fahr ich immer mit den Finger drüber und... Ja, das ist... Ja, haha, haha, so ähnlich wie woanders, ja, genau. Ja. Anderes Thema. Noch eine Minute. Das ist... Also ich fänd's ja lustig, wenn's ab einer Minute anfangen würde, dann jede Sekunde einzeln zu zählen. Also noch 59 Sekunden, noch 58 Sekunden, noch 57 Sekunden. Könnt ihr noch was erforschen? Nein, kann ich nicht. Krieg ich ein Video? Nein, krieg ich auch nicht. Was hab ich überhaupt erforscht? Nadelgeschütze, ne? Nadelgeschütze. Nähmaschinen. Was sind denn meine Nähmaschinen? 14 zu 25. Wahnsinn, das ist immer noch schlechter als mein Geschütz. Schlimm. Ja, egal. Na gut, wer greift ja schon mit der Nähmaschine an, ne? So, nachdem ich die Zeit jetzt wirklich bis zum Geht nicht mehr ausgereizt habe. Jetzt haben wir jetzt erstmal schaue, wie spät es ist. 41, da können wir noch 500 spielen. Ah, können wir denn dann den Spotter mal losschicken? Ja, wir brauchen ja noch ein wenig Zeit und so. Oh, da hätten wir 10 Sekunden gereicht. Na, jetzt wäre ich nicht mehr laden. Das wäre übertrieben und... Das Video kennen wir ja schon. Äh, die Forschung läuft weiter. Läuft weiter, gut. Oh Gott. Was kann ich denn alles bauen? Gut, das ist so eine vorgelagerte Basis. Alles klar. Dann baue ich jetzt erstmal hier so Reparaturplattformen. Ich werde sie wahrscheinlich gleich brauchen. So, bauen wir erst mal hier so vier Stück. Suchen wir uns jetzt einen schönen Commander, nicht gerade den kaputtesten. So, ihr seid jetzt meine Hero-Einheit. Ihr müsst die Basis verteidigen, Jungs. Ihr fällt gleich mal dann auf. Äh, die Forschung läuft noch. Gut, laden wir den Ding gleich wieder voll mit mehr Einheiten. Erstmal hier richtig hoch befördert. Äh. Toll, ich kann immer noch auf die Basis zugreifen. Das heißt, ich hätte gar nicht erst zu lange machen müssen. Scheiß drauf. Schicke los den Dreck. Dann wird erst mal wieder gespeichert. Und zwar da. Und mal wieder. Aber es ist erstaunlich schnell. Eine Minute. Dann kann der Feind eigentlich nicht weit weg sein von unserer Hauptbasis, oder? Apropos, ich muss ja glaube ich wieder was umstellen, ne Kleinigkeit. Warum steht ihr da so dumm rum? Trauen wir uns aus der Basis raus? Nein, wir lassen erst mal hier aufbauen. Konstruktion abgeschlossen. Wir bauen erst mal auf. Ihr repariiert euch mal. Aber es ist schön, dass es alles so schnell geht mit dem Transporter. Und warum kann man das so übertrieben groß machen? Spielt wirklich jemand so so? Jawohl, es ist praktisch, ne? Aber das ist die erste Mission. Nein, die zweite. Die zweite Mission, wo ich kein Zeitlimit habe, ne? Ja, die erste. In der ersten hatte ich keins. Und jetzt in der zweiten habe ich auch keins. In der zweiten, ja. Das ist die zweite Mission. Genau. Bis Sieger Nexus. Ha, die zweite Mission. Ja, Kinderspiel. Wirklich schwer wird es das so auf der zehnten Mission. Oh Gott. Wenn das wirklich die zweite wäre. Wow. Das Spiel wäre ja unschaffbar. Er hat alles ein, was noch da ist. Ich fürchte nämlich, ich werde es brauchen. Schick. Ach ja, da muss ich klicken. So, ihr fahrt mal wieder beiseite. 3.027. Genau, so. Jetzt haben wir hier erstmal eine Grundverteidigung. Und was baue ich als nächstes? Was baue ich als nächstes? Luftabwehr. Was ist denn da jetzt genau besser? Äh. Äh. Komm, hierhin. Flarakak. Hm. Nach 333. Macht 400. Macht 26. Die schießt aber auch sau langsam, ne. Kann die auch in die Luft schießen? Ach, ich bleib bei der Willwind. Okay, ihr baut jetzt mal ganz viel Willwind. Wo bauen wir denn die hin? Na, muss erst so ein Wald roden. So, Wald gerodet. Können wir Willwinds bauen? Willwinds, 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 Willwinds. Bauen wir Willwinds. So. Und da hüben wir noch irgendwie Willwinds. Oh, ich kann gar nicht mehr so viel bauen. Ich bin nicht mehr so viel. Na, wieso bist du nicht zugewiesen? Keine Lust? Ich bin doch ne blöde Fallein Krieg. Wie bescheuert hältst du mich überhaupt? Denkst du, ich bin ein Idiot, wa? Ich hab studiert, Alter. Studiert. Moment, jetzt ist er sich selber wie Idiot. So, nachdem wir ein paar Studenten beleuchtet haben, die eh keine Rechte haben. Ach komm, wir greifen jetzt einfach mal an hier. Oh, ich hab's kommen. Sehen ist der gleich. Oh Gott. Konstruktion abgeschlossen. Okay. Ich muss eh gleich, will gleich eh wieder aufhören. Also, daher. Was ist denn da oben? Fahrt mal alle da runter. Hopp, Jungs. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, Jungs, ihr fahrt jetzt mal alle da runter. Konstruktion abgeschlossen. Okay, da ist ne kleine Basis. Nein, das ist ja nicht mal ne richtige Basis. Da steht Zeug. Oh Gott, Artillerie. Konstruktion abgeschlossen. Was steht denn da noch so? Hallo? Ist das ein wenig dämlich im Kopf, oder was? Klassen sind dämlich im Kopf, sind ja Bots. Ich komme erstaunlich weiter, oder oben steht noch was? Also eine Basis, zwei, da steht glaube ich wahrscheinlich ja noch irgendwo was drin. Da unten, ach. Forschung abgeschlossen. Hm? Oh, Forschung ist abgeschlossen. Oh, ich kann noch mehr forschen, geil. Ja, das ist jetzt erstmal alles. Ja, gut. Ich habe kein Zeitlimit, also es sollte schaffbar sein. Ja, es sollte gehen. Okay, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter. Ja, es wird wahrscheinlich länger dauern, die Mission, aber... Allein schon mal, das ist jetzt nicht mehr... Welche Basis entdeckt? Ach, jetzt entdecke ich mal eine Basis. Na ja, gut, die da oben habe ich... Ja, gut. Sieht schlimmer aus, als es ist. Denke ich mal. Forschung abgeschlossen. Ja, nochmal Forschung. Oh, ich kann noch mehr forschen, cool. Oh, dann wäre dieses Laser sogar noch richtig nützlich. Ja, gut. Kurzes Stück für heute nur. Aber wir haben die Laser-Satelliten-Mission gewonnen. Und sie ist jetzt scheinbar in der letzten Mission. Also ich nehme mal an, dass es die letzte ist. Ich weiß es nicht. Die werde ich dann im Laufe der Woche oder nächstes Wochenende machen. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Egal. Bis dahin werde ich es eh durchhaben. Bis hier die Folgen, alle mal, wo ich jetzt schon kommentiert habe, hochgeladen habe. Weil ich es auf jeden Fall durchgespielt habe. Und im vorherigen, vor-vorvorvorjährigen Video, wo ich angekündigt habe, ja, sagt mir doch mal ein Open-Source-Freeware-Spiel, das ich hier jetzt playen soll. Gut, bis es das hochgeladen ist. Ja, das ist dann wahrscheinlich mein übernächstes Projekt erst. Und nicht mein nächstes. Weil ich werde schon durch sein damit. Egal. Wollte nur noch gesagt haben. Und dann sage ich noch Tschüss.